Herzlich willkommen bei USW Hydraulik Udo Schäfer in Wolfschlugen, Ihrem Experten für Schulungen rund um das Thema Hydraulik. Seit mehr als 20 Jahren gibt Udo Schäfer professionelle Hydraulikseminare. Von den Grundlagen bis zu praktischen Übungen werden Sie oder auch Ihre Mitarbeiter auf höchstem Niveau geschult. Entdecken Sie das richtige Seminar für Ihre Anforderungen. Ob Grundlagen, Aufbauseminare, Schulungen zur Wartung und Instandhaltung oder etwas anderes, hier lernen Sie herstellerneutral und praxisorientiert. Weiterbildungen im Bereich der Hydraulik sind wichtig, um Fehler zu vermeiden, damit die Arbeitssicherheit zu erhöhen und effizienteres Arbeiten zu ermöglichen. Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten. Gegenstand der Schulungen sind sowohl Pumpen, Zylinder und Motoren, verschiedenste Ventile als auch Messgeräte, Speicher, Filter und vieles mehr. In unseren modernen und freundlichen Schulungsräumen werden theoretische Inhalte anschaulich und verständlich erklärt, aber auch Seminare bei Ihnen vor Ort sind mit unseren mobilen Übungsaggregaten kein Problem. Kommen Sie einfach auf uns zu. Gerne beraten wir Sie persönlich und unverbindlich zu unserem umfangreichen Angebot. Haben wir Sie überzeugt, dann freuen wir uns auf Ihre Anmeldung.